Hallo und herzlich willkommen zu Badreiniger meditieren zollfrei Folge Nummer 831 und den Themen 4 Fragen Mythic Rate Beschränkungen und Tank Heiler Verhältnis, heute aber wirklich. Moin Barlo, ich habe 4 Fragen an dich. Findest du, dass Wissenschaft und Religion sich widersprechen oder können sie koexistieren? Das schließt sich nicht aus, also ein Stück weit. Sie widersprechen sich in vielen Fällen, aber ich glaube, grundsätzlich können sie koexistieren. Das hängt halt, also ich glaube, bei der Religion hängt das halt davon ab, wie stark man, je nachdem an was man glaubt, das Ganze tatsächlich für bare Münze nimmt. Und nicht als, wie soll ich es beschreiben, ich will es nicht übertrieben formulieren, sagen Märchenbuch, aber so Gleichnisse und so weiter und so fort. Dass man halt sagt, es sind vieles von dem, was uns die, wenn wir jetzt Christen wären, zum Beispiel die Heilige Schrift, das ist der einzige, wo ich mich halbwegs auskenne, was uns die Heilige Schrift lehrt. Wenn wir das nicht wörtlich nehmen, sondern überlegen, was kommt dabei raus für uns und an unsere Moralvorstellung, dann glaube ich, ist das möglich. Wenn wir das tatsächlich allerdings wörtlich verstehen und sagen, es ist gerade so das Alte Testament, Schöpfungsgeschichte und so weiter und so fort, dann glaube ich, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Das Minimum, worauf man sich, glaube ich, einigen kann, ist, dass man sagt, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie, oder ich schließe nicht aus, dass es irgendeine Art von unerklärlicher Macht gibt. Und die zum Beispiel am Anfang des Universums oder davor gewirkt hat, also da, wo für uns naturwissenschaftlich gesehen der Urknall stattfindet, zum Beispiel, dass man sagt, ich bezeichne das, was diesen Urknall ausgelöst hat und in Gang gesetzt hat, vielleicht einfach als göttlich. Nur dann sind wir schon sehr weit weg vom Verständnis einer typischen Religion. Die gibt ja viel, viel mehr mit sich. Und da ist es ja wirklich den meisten Religionen so, dass man sich eine, eine oder mehrere Entitäten irgendwo, entweder an einem bestimmten Ort vorstellt oder im Himmel oder sonst wo. Oder zumindest uns beeinflussend vorstellt, die, die über uns wacht und uns wertet. Und das ist natürlich dann unglaublich schwierig, das irgendwie in Einklang zu bringen mit einem wissenschaftlichen Weltbild. Man stellt halt auch fest, bei den Leuten, die religiös und, also die quasi beides sind, dass sie mehr und mehr Raum abgetreten haben an die Wissenschaft, was ja quasi zwangsläufig ist. Vor langer Zeit konnten wir uns mit der Wissenschaft viele Dinge noch nicht erklären, noch nicht wohlgemerkt erklären. Und da hat man gesagt, na gut, wenn wir es nicht, wenn wir keine bessere Erklärung haben, dann ist es einfach göttlich. Und je mehr und mehr wir festgestellt haben, dafür gibt es vernünftige, nichtgöttliche Erklärungen, die absolut ausreichen, um etwas zu beschreiben, desto mehr hat es dann diesen Boden verloren. Und das ist ja etwas, was wir immer noch nach wie vor feststellen. Vielleicht nicht bei jedem Menschen im Einzelnen, aber so bei der Menschheit würde ich sagen. Vielleicht auch nicht unbedingt bei der Menschheit. Das teilt sich dann, glaube ich, auf. Aber zumindest so in unseren Religions- und Kulturkreisen, dass halt die Leute mehr und mehr dazu neigen, abzurücken vom Glauben. Aber wobei sich auch die Frage stellt, ob das wirklich immer nur eine Erkenntnis ist, sondern eher so ein bisschen so eine Geschichte. Ich meine mich daran erinnern zu können, dass so in Not- und Krisenzeiten und auch unter zum Beispiel der nicht so wohlhabenden Bevölkerung, Religion längere Zeit eine größere Vormachtstellung hatte und stärker ausgeprägt war. Es kann also auch daran liegen, dass es uns vielleicht so gut geht, dass manche von uns oder alle, die vorher so Religion als Rettungsanker gesehen haben, das vielleicht nicht mehr tun. Glaubst du, dass sich irgendwann das ganze Universum nur anhand der Wissenschaft erklären lassen wird? Ich glaube, dass es alleine schwer werden wird, das ganze Universum nur anhand der Wissenschaft überhaupt mal zu beobachten, weil die Grenzen halt so gigantisch sind. Wir sind quasi kein Fliegenschiss entfernt von der Erde und bewegen uns schon in zeitlichen Bereichen, die kaum noch mehr vorstellbar sind. Deswegen weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. Vor allen Dingen ist es halt immer schwierig, Dinge zu erklären und zu beschreiben, die in der Vergangenheit passiert sind. Manchmal reicht es halt aus, was wir heutzutage beobachten können. Es reicht ja zum Beispiel heute aus, dass wir bestimmte Arten von Licht beobachten können. Und teilweise von Verfärbungen von Licht, die uns sagen, ah, daraus können wir bestimmte Dinge folgern. Dass es zum Beispiel eine Gravitationsablenkung gab und daraus folgern wir, dass es an der Stelle möglicherweise eine Sonne gegeben hat und so weiter und so fort. Nur wenn man sagt, was, wenn unsere, wenn diese Folgerung überhaupt nicht stimmt und es eine andere Erklärung dafür gibt, dann weiß ich es nicht. Die Vergangenheit halt zu erklären oder zu beschreiben, zu erklären, ist, glaube ich, nicht immer ganz so leicht. Und von daher sage ich mal, Sternchen, also Jein, nach vernünftigen Maßstäben Ja, mit hundertprozentiger Gewissheit, unwahrscheinlich, glaube ich. Glaubst du, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, ein anderes Sonnensystem oder sogar eine andere Galaxie zu erreichen? Wieder unwahrscheinlich. Es ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich. Dazu gibt es ganz, 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 ganz viele interessante Vorträge und Videos auf YouTube in diversen Kanälen, die halt bestimmte Probleme beschreiben, die damit rein technisch einhergehen. Und dann bestimmte Ideen und Konzepte beschreiben, warum sollten wir in der Lage sein, das, oder warum wir quasi nie in der Lage sein werden, das zu tun. Aber das ist viel, viel, viel zu komplex und ich bin viel, viel, viel zu wenig, was dieses Thema betrifft, gebildet, um euch das alles im Detail erklären zu können. Aber da gibt es ein paar sehr ernüchternde Ideen auch, zum Beispiel, dass es eine Grenze gibt, die wir quasi nicht überschreiten können, ohne im Laufe letzten unsere Zivilisation zu zerstören. Aber ganz einfach, ob ich daran glaube, dass wir das in, also bemannt erreichen, nein, ob wir irgendwas irgendwo hinschicken, haben wir nicht sogar, wir haben irgendwas, was unser Sonnensystem verlassen hat, ne? Also, bemannt, nein. Die nächste Frage ist, unbemannt, aber so, dass wir Informationen daraus ziehen können, vermutlich auch nein. Weiß ich gar nicht genau, wie weit es bis zum nächsten Sonnensystem ist, wie lange so eine Sonde unterwegs sein müsste, um dann das erste, wenn es denn möglich wäre, Bild davon zu senden. Glaubst du, dass die Menschheit es schaffen wird, den Planeten zu retten, oder müssen wir irgendwann umziehen? Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird, den Planeten zu retten. Es ist unmöglich, also für Menschen praktisch unmöglich, den zu zerstören. Was wir zerstören können, sind Lebensräume, was wir zerstören können, sind Spezies, was wir zerstören können in der Theorie, ist auch die Menschheit natürlich. Aber den Planeten kaputt zu machen, glaube ich, ist praktisch unmöglich. Also, wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Im schlimmsten Fall schaffen wir es, die gesamte Biomasse auszurotten und dann wird es eine Weile Funkstille herrschen und dann wird sie sich nach und nach wieder bilden. Ja, du meinst, also wenn wir dann, wenn du nur die Frage meinst, unbewohnbar zu machen, weiß ich, glaube ich auch nicht. Halte ich auch für unwahrscheinlich. Weil im Verlauf des Unbewohnbarwerdens würde es ja relativ sicher zwangsläufig zu der Situation kommen, dass Menschen der Lebensraum fehlt und damit auch die Möglichkeit, sich weiter zu vermehren und die Möglichkeit zu überleben. Das wiederum würde dann irgendwann dazu führen, es geht ja meistens nicht von jetzt auf gleich, es gibt wenige Szenarien, die wir uns vorstellen können, die von jetzt auf gleich in der Lage wären, die komplette Menschheit auszurotten. Nahezu keines. Das würde dann dazu führen, dass wir statt eines Bevölkerungswachstums erst eine Stagnation hätten und dann ein Sinken der Bevölkerung. Je weniger Bevölkerung aber da ist, desto mehr und rapider würde ein reversiver Prozess einsetzen, was ich eben schon beschrieben habe. Stell dir mal vor, alle Menschen wären auf einmal weg. Selbst wenn alles für x Jahre unbewohnbar und unlebebar ist, würde dann der gegendaltige Prozess einsetzen, egal wie lange er dauert. Und das, glaube ich, wäre da, also wäre auch da der Fall. Das müsste schon irgendein unglaublich krass schnelles Ereignis geben, dass das möglich machen würde, dass wir zum Umziehen quasi genötigt sind in einer großen Menge. Ich glaube nicht, dass das passiert. Hallo, lieber Barlow. Gestern konnte ich nicht einschlafen, deshalb sind mir folgende wirren Gedanken gekommen. Es ist schade, dass man in einem Mythic Raid viele Specs nicht mitnehmen kann. Nein. Also, sag ich jetzt mal so. Da es hier 36 gibt, aber man theoretisch maximal 20 unterschiedliche dabei haben kann. Nein, also es ist nicht schade, weil du hast ja nur 20 Leute. Und diese 20 Leute können ja immer noch ihre Specs relativ frei wählen, um nicht zu sagen, sie können sie nach praktischen Belangen frei wählen, unter der Voraussetzung, dass wir halt bestimmte Specs immer dabei haben müssen. Es müssen immer zwei der Tanks-Specs dabei sein, bei den meisten Encountern, durch die Encounter-Mechaniken bedingt. Man kann vermutlich sagen, dass meistens eine Anzahl von X-Healer-Specs dabei sein müssen und XDD-Specs, also diese Einschränkung gibt es. Aber im Speziellen gibt es ja sonst keine weitere Einschränkung. Ist ja nicht so, dass man, nur weil es 20 Menschen gibt und 36 Specs, deswegen bestimmte Specs nicht mitnehmen kann. Man kann. Teilweise sieht man Klassen überhaupt nicht mehr. Wir hatten für den gesamten Eternal Palace Progress keinen einzigen DK im Kader und auch nur recht unregelmäßig ein Resto-Chammy. Wie gesagt, das ist nicht ungewöhnlich. Die Spieler spielen ja eine bestimmte Klasse und dann ist es ja relativ wahrscheinlich, wenn ihr nicht gerade im Ultra-Mega-Progress seid, wo alle Specs x-fach vorhanden sind und nach Boss durchgewechselt, dass bestimmte Specs halt nicht gespielt werden von den 20 Leuten aus den 36. Alle anderen Klassen waren zumindest in Form eines Specs vertreten. Ach, ging es jetzt gerade um Klassen und nicht um Specs? Moment, habe ich mich verlesen? Eine Klasse, ja, okay. Aber auch da geht eigentlich was Ähnliches. Das ist nicht zwingend schlimm. Denn eine Klasse teilt sich dann auch nur wieder zwischen zwei und vier Specs auf. An anderen Klassen waren vertreten, auch wenn sie nicht seit Monaten keinen Feral, Dodo, Windwalker, Monk oder Arkane, wenn ich seit Monaten keinen Blar gesehen habe. Schnitt haben wir 12 bis 16 unterschiedliche Specs im Raid. Nun zu meinen Gedanken, wie wäre es, wenn in einem Mythic Raid jeder Spec nur einmal vorhanden sein dürfte? Wir spielen seit Monaten mit zwei Monk-Tanks. Dies wäre nicht mehr möglich, sondern man müsste sich einer der anderen fünf Tank-Klassen bedienen. Bei den Heilern wäre die Auswahl bei den vier bis fünf Slots je nach Progress-Stand bei nur sechs Heil-Specs natürlich geringer. Bei den DDs würde selbstverständlich weiterhin die Flavor of the Month mitgenommen werden. Jedoch kann man diese dann nicht mehr stacken, sondern muss entweder auf einen anderen Speck dieser Klasse ausweichen oder eine andere Klasse rückt nach, die schwächer ist. Mir ist natürlich bewusst, dass dies mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht implementiert wird. Schon alleine die Umsetzung wäre sicherlich kompliziert. Wie sind deine Gedanken dazu? Würde dies zu einer besseren Mischung der Klassen oder Specs führen? Nein. Also es mag sein, dass es zu einer ausgewogeneren Mischung führt, aber ich glaube nicht, dass die besser wäre. Kommen wir gleich zu. Oder denkst du, dass weiter nach den jeweils aktuellsten Auswertungen der Specs einfach die obersten X mitgenommen werden? Vielleicht gibt es nun wieder Aussagen in die Richtung Speck. Ich spiele ich eigentlich echt gerne, macht aber leider zu wenig Schaden. Ich selbst spiele MM-Hunter, lieber als BM. Aber man wird förmlich dazu gedrängt, BM zu spielen, weil man mehr Schaden macht und mobil ist. Im beschriebenen Szenario können sich die Spieler einer Klasse absprechen, welchen Specs sie jeweils am liebsten, schrägstrich besten spielen. Auf deine Gedanken bin ich gespannt. Schöne Grüße und gute Besserung. Dankeschön. Danke, danke. Also zunächst mal, es scheint ja, und da haben wir auch gestern, glaube ich, erst oder vorgestern das Thema Specsquish gehabt, hat es sich irgendwann eingebürgert, dass jeder wollte, dass seine eigene Specs viable ist und dass überhaupt jedes Specs als solche gespielt wird. Früher war es ja oft so, dass die Talente irgendwie so verteilt waren und eigentlich alle Specs mehr oder weniger Hybrid-Specs waren. Und 30 Punkte oder 31 Punkte in dem einen Baum, 20 oder 21 in dem anderen Baum und so weiter und so fort, dass die Bäume dann erweitert wurden mit entsprechend mehr Punkten. Und irgendwann kam man dann irgendwie auf die Idee zu sagen, aus jedem Talentbaum machen wir eine eigene Specs. Was ich an sich keine fürchterliche Idee finde, also es ist eine interessante auf jeden Fall, dass man halt sagt, na gut, aber ich denke einfach, so ein Frostmagier ist was anderes als ein Feuermagier und daraus machen wir eine eigene Specs. Und haben damit auch viele Dinge, die ich persönlich sehr wichtig oder interessant finde, wenn man auf die Klassen-Fantasy oder in dem Fall die Specs-Fantasy Wert legt. Dass halt ein Frostmagier einen anderen Toolkit hat als ein Feuermagier, finde ich gut und richtig. Und nicht, dass sich beide halt zu 99 Prozent dieselben Spells teilen, sie nur ein bisschen an Effektivität sich unterscheiden. Und das finde ich eine gute Idee, weil man den Spielern auf die Art und Weise auch das ein oder andere mächtige Tool Baseline zum Beispiel mitgeben kann, wo man früher mehr oder weniger zwangsläufig Punkte reingepackt hat. Und das finde ich ganz gut, weil es dir an anderer Stelle Auswahl ermöglicht. Also kurzum, das ist an sich eine gute Idee. Ich glaube nur, dass es dazu geführt hat, in Sachen Balance und so, dass man sich irgendwie mehr geschadet als genutzt hat. Weil jetzt plötzlich jeder einzelne dieser Specs viable sein soll. Idealerweise PVE-Gruppe, PVE-Rate und PvP. Wenn es nach den Spielern ginge, hätten sie am liebsten mit ihrer Lieblings-Spec etwas, was viable für alle ist. Und natürlich noch Solo-Play, davon auch nicht vergessen. Idealerweise hätte man ganz gerne was, was für alles viable ist. Also in allem wirklich gut mitmachen kann. Jetzt sagen einige, Solo ist mir nicht so wichtig. Ich spec beim Solo-Spielen halt um. Ja, bei mir war es halt so, ich habe ja auch viel Heiler gespielt. Ich habe lieber als Heiler in meiner Heal-Spec gespielt und Damage gemacht. Gerade mit etwas besserem G war das kein Problem. Als mir dann irgendeine Shadow-Spec als Priest oder so anzulegen. Aber jeder wie er mag. Und dann ist es aber zwangsläufig, wenn die Raid größer halt X oder Y ist, dass halt bestimmte Klassen nicht mitkönnen. Da ist ja nichts Schlimmes dran, grundsätzlich. Es ist ja nicht so, als ob man sagt, die Spec X oder Y kann nicht mit, sondern nur, wenn wir bereits 20 Mann haben, dann kann keine weitere Spec mit, egal welche 20 Specs abgebildet sind. Aber die Auswahl ist ja nicht vorgegeben. Jetzt werden einige sagen, ja, aber Moment mal, sowieso muss man ja in Anführungsstrichen spielen. Nee, muss man nicht. Also man muss keine Spec dabei haben oder nicht dabei haben, mit Ausnahme der Rollen, die man dabei haben muss. Der Rest ist einfach nur das Gusto der Spieler, dass sie glauben, die und die Specs seien so gut, dass sie notwendig sind. In Klammern sind sie halt in den meisten Fällen nicht. Das mag halt zutreffen auf den Ultra-Mega-High-End-Progress, der in vielen Fällen auch gar nicht auf den Normalsterblichen übertragbar ist. Und das ist das erste Problem schon mal dabei, dass Spieler immer glauben, wenn sie irgendjemanden etwas machen sehen, der im Ultra-High-End-Bereich steht, dass das für sie selbst notwendig sei. Ungeachtet der Tatsache, ob das A für diese entsprechenden High-End-Spieler überhaupt notwendig ist, oder nur etwas, was sie zwar machen, was aber eigentlich keinen signifikanten Einfluss auf ihren Sieg oder Niederlage hat. Und dann die Frage halt, die Voraussetzungen, die für diese Spieler gilt, gelten die auch für mich? Und in vielen Fällen muss man sagen, nein, die gelten nicht unbedingt für dich. Denn zu dem Zeitpunkt, wo die Spieler einen bestimmten Boss spielen, kann es durchaus so sein, dass sie zum Beispiel verglichen mit eurem Raid so stark undergeared sind, also so relativ gesehen schlechtes Equipment haben, dass sie quasi jeden einzelnen Prozentpunkt rausholen müssen, den ihr überhaupt nicht mehr rausholen müsst. Weil zu dem Zeitpunkt, wenn, keine Ahnung was, die eine Gilde macht jetzt was mit einem, keine Ahnung was dann der entsprechende Item-Level ist, sagen wir, in der Zukunft wird es wieder gesquischt und die machen es mit Item-Level 100. Ihr habt aber im Mittel 104,5 oder 105, wenn ihr da hinkommt. Also diese Übertragbarkeit ist nicht gegeben. Eine weitere Übertragbarkeit, die nicht gegeben ist, ist, dass die High-End-Gilden und Raids halt in den allermeisten Fällen Spieler zur Verfügung haben, die jedes Spec quasi mit egal welchem Talentpunkt oder Equipment-Verteilungen am absoluten Optimum spielen können. Und wo dann tatsächlich mal eine effektive Verstärkung und selbst das ist nicht immer gegeben. Auch bei den Ultra-Mega-Top-Gilden gibt es halt Spieler, die sagen, ja, okay, wenn es knapp ist, wenn die Specs im Bereich von 1-2 Prozentpunkten performen, bleibe ich lieber bei der, die ich wie die Faust aufs Auge fehlerfrei spielen kann. So, und das ist auch bei den meisten nicht gegeben. Bei den meisten Spielern ist es eben nicht so, dass sie jedes Spec und jede Klasse auf demselben Niveau spielen können. Das heißt also, vieles von dem, was sich die Leute da selber aneignen, von dem sie glauben, es sei notwendig, ist für sie nicht notwendig. Ich habe neulich auch gelesen von Leuten, die mir erzählen wollten, wie Grinden von Insel-Expeditionen und irgendwelche anderen Paragon-Grinds ad infinitum unbedingt und notwendig seien für sie. Dem ist nicht so. Man kann sich das einreden. Man kann sagen, na ja, aber solange das immer weiter einen, wenn auch nur homöopathischen, Nutzen hat, dann folgt daraus zwangsläufig, dass ich das ja quasi tun muss. Und die Antwort lautet, nein, das folgt nicht zwangsläufig daraus. Du meinst das zu glauben, dem ist aber nicht so. Es gibt andere Dinge, die man viel, viel naheliegenderweise als zwangsläufig betrachten muss, die seit Ewigkeiten im Spiel sind, die auch niemand macht. Eine Sache wäre, und da sind wir jetzt zum Beispiel bei dieser Loot-Geschichte, wenn sich Leute über Randomness von Loot beschweren, in der Vergangenheit wäre es im Prinzip optimal gewesen, wenn jede Gilde nahezu unendlich viele Raids versucht hätte, aufzustellen, um Equipment zu farmen. Oder zumindest die Spieler sich mehrere Charaktere derselben Klasse gemacht hätten. Und an den diversen Dingen, wo man eine wöchentliche Instanz hat, versuchen halt ein entsprechendes Item X oder Y zu bekommen. Einige von euch werden das sogar gesehen, bemerkt haben am Anfang von Legion, wo es um die Legendaries ging. Und Leute sagten, ich spiele jetzt irgendwie eine andere Klasse hoch, in der Hoffnung, dass ich für die das erste richtig gute Legendary bekomme. Und so eine ähnliche Geschichte hätte das halt durchaus früher sein können bei bestimmten Items, die halt einmal pro Woche droppen oder nicht droppen können, wo du halt sagst, der Vorsprung, den ich dadurch erlange, wäre so groß, dass es sich lohnt, das zu tun. Hat auch niemand gemacht. Ein anderes Ding oder kaum jemand gemacht. Im Moment gibt es sowas und seit langer Zeit eigentlich in Form von Split Rates ja doch wieder auf eine gewisse Art und Weise. Was gibt es denn noch für Geschichten? Sich auf jedem Server einen Charakter zu erschaffen und genügend Gold zu haben, um BOE-Items beliebigen Wertes herauskaufen zu können und zu transferieren. Bevor ich halt anfange, den x-millionsten Punkt zu grinden, um, keine Ahnung was, 0,01 Prozent mehr Damage zu machen, würde es sich in vielen Fällen mehr lohnen, zumindest darauf vorbereitet zu sein, ein gedropptes Item aus dem Haar kaufen zu können. Auch das macht niemand. Also kurz, um zu sagen, das, was die Spieler glauben, was notwendig ist, ist in vielen Fällen sehr, sehr selektiv und nicht übertragbar. So. Bei den Specs zu sagen, eine Specs, die zweifach oder mehrfach vorkommt, wird rausgenommen oder wird verboten, hilft dir ja in nichts. Das gibt dir kein, überhaupt keinen Vorteil für irgendwas. Gar nichts. Du hast halt eine Specs, die gespielt wird und diese eine Specs darf dann nicht nochmal vorkommen. Aber wir haben ja schon geklärt, dass das vorher ja durch die andere Mechanik keine andere Specs ausgeschlossen wurde. Das Einzige, was du damit verhinderst, sind Doppelungen von Specs. Und warum solltest du das tun wollen? Habt ihr eine Antwort? Soll ich noch länger warten? Es gibt keinen guten Grund, warum du das tun wollen würdest. Man kann sagen, ja, aber in den ganz extremen Fällen Specs, Stacking, hab ich eben schon was zu gesagt, warum diese ganz extremen Fälle für den Normalspieler überhaupt nicht relevant sind. Na und? Dann ist halt Method, macht einen Boss mit viermal Klasse X oder fünfmal Klasse Y. Ganz einfach, weil sie die Möglichkeit haben und sich denken, einen Nachteil hab ich dadurch nicht, vielleicht hab ich einen marginalen Vorteil, probier ich es also so und vielleicht klappt's. Und das ist dann für einen Boss und für eine bestimmte Speck, die kann sich irgendwie nach drei Tagen oder nach vier Tagen oder nach einem Hotfix des Bosses halt schon wieder geändert haben. Das Problem, was du zu lösen versuchst, existiert erstens nicht für die Spieler, von denen wir jetzt üblicherweise reden. Für den Otto-Normalspieler, der einfach unbedingt gerne mal wieder Eule oder sonst was spielen möchte, für den existiert das nicht. Es ist ein künstlich Geschaffenes von Leuten, die das Spiel nicht verstehen. Und das Problem, was du mit dieser Lösung schaffst, ist größer als das Problem, das du vorher hattest. Also ist natürlich klar, wenn ich sage, das Problem existiert nicht, dann ist irgendein Problem größer als das, was vorher da war. Aber selbst wenn wir sagen, es ist ein marginales Problem. Okay, ich sage nicht, es existiert, ich sage, es ist so marginal, dass es zu vernachlässigen wäre. Ähnlich wie in den meisten Fällen irgendwie die Racial und die Rassenwahl bei den entsprechenden Klassen. Wenn man sich die Stats da anguckt, die sich halt oft in Bereichsunterschieden bewegen, irgendwie kleiner ein Prozent, wo du halt sagst, viel Spaß an, dass bei jedem Boss, die nachdem ein Patchwerk ist oder nicht, ein Race Change zu machen, in der Hoffnung, damit besser zu performen. Es wird halt nicht signifikant sein. Wofür du aber sorgst, ist, dass Leute, die tatsächlich eine bestimmte Speck gerne spielen möchten, jetzt ja aus dieser Speck rausgeworfen werden, einfach nur aus dem Grund, dass ein anderer die auch spielen möchte. Das ist doch viel schlechter, die Lösung, als das Problem vorher war. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass das gut funktioniert und dass das sinnvoll wäre. Das ist so ein künstliches, quasi non-existentes Problem, das einem manchmal so vorkommt, wenn man sich halt Dinge anguckt, die für einen selbst nicht übertragbar sind. Aber wenn wir in den Bereichen sind, wo es für uns selber als Spieler übertragbar ist, ich sag mal, alles außerhalb der Top 100 der Welt hundertprozentig, da spielt das alles gar keine Rolle mehr. Keine signifikante Rolle mehr. Wenn wir in diesen Bereichen sind, außerhalb der Top 100, hast du super häufig die Situation, dass Spieler einfach gerne eine bestimmte Speck spielen. Teilweise ist es sogar so, dass man, so kenne ich das in den Gilden, dass man sogar befreundet ist mit anderen Spielern, so ein bisschen mehr, die die gleiche Speck spielen und sich austauscht und irgendwie Tipps gibt und so weiter und so fort. Das alles würde zu einem Konkurrenzkampf werden, nicht weil die bestimmte Speck irgendwas kann oder nicht kann, sondern nur, weil sie bereits existiert im Raid. Und nee, die Lösung ist schlimmer als das Problem und von daher glaube ich, nehme an und hoffe, dass das in der Form nicht implementiert wird. Man kann immer noch sagen, vielleicht schafft man irgendeine Sonderregelung, dass man halt sagt, solange ein bestimmter Boss nicht gelegt ist, gibt es einen kleinen Malus darauf eine Klasse X-Fach zu verwenden, sodass man sagen kann, im High-End-Bereich mindert es vielleicht ein bisschen das Problem, ohne den Low-End-Bereich zu beeinflussen, aber ob wir davon dann mehr haben, ob das dann irgendwie besser ist, das weiß ich halt auch nicht. Auch daran werden sich die High-End-Spiele halt anpassen. So, Punkt. Es war eh schon sehr, sehr, sehr lang dazu gesprochen und ich will jetzt nicht nochmal über das Thema Specksquish reden, denn dann machen wir, dann werden diejenigen wieder sauer, deren Specks ich squischen will. Ich will keine bestimmten Specks squischen. Übrigens. Kontraste. Hi, Bardo. Hier mal eine kleine Geschichte, die vielleicht etwas von einem BMZ wäre. Ich habe meinen Holy Parler gelevelt und war gerade unter anderen Schwarzfels-Spitze unterwegs. Wir waren zu viert. Der Tank war gelieft, war aber kein Problem. Ein Worry hat umgespeckt und es kamen Kommentare wie Top Heal oder Super Heilung. Wir haben den Dungeon zu Ende gespielt, das hat echt Spaß gemacht. Keine zehn Minuten später war ich mit demselben Schein an einer anderen Inni und nach weniger als zwei Minuten ist der Tank low gedroppt und gestorben und vom Rest der Gruppe kamen. Nee. Und dann der Rest der Gruppe, es kamen Kommentare Heil AFK und spielst du nicht mit? Ich wollte noch etwas schreiben, wie Tanks, die die halben Dungeon-Pullen nichts aushalten und sich beim Heiler beschweren sind, auch nicht so toll, aber kam nicht mehr dazu. Ich wurde aus der Gruppe gekickt. Ist dir schon, war sowas passiert? Nein. Und wie siehst du das Verhältnis Tank-Heiler? Gute Besserung, mach weiter so. Dankeschön. Das ist die Frage, wo ich glaube ich neulich verwirrt war. Wir haben auch gestern oder vorgestern die Geschichte gehabt mit dem Tank, der keine Cooldowns gezogen hat und ich habe glaube ich diese beiden Geschichten in Gedanken vermischt, nachdem ich die Fragen ausgesucht hatte. Also das ist jetzt diese Tank-Heiler-Verhältnis-Geschichte. Nee, ist mir noch nicht passiert. Ich bin aber auch in dieser Situation irgendwie nicht so, also A, nicht so häufig, im Moment zumindest, definitiv, weil ich sehr selten mit Leuten, die ich nicht kenne, Dungeon-Levels oder Dungeon-Spiele. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe auch eine Zeit lang als Heiler sowas so gelevelt, aber dann, das ist immer so eine Frage, in welcher Expansion befinden wir uns gerade, oder wie spielt sich der entsprechende Heiler Schrägstrich Tank gerade und so weiter und da ist es immer schwer zu vergleichen. Ich weiß, dass es durch die Item-Squishes durchaus zu Situationen kam, in denen ich mich plötzlich gewundert habe, wie viel die Tanks auf die Nase bekommen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern und das könnte in deinem Fall so gewesen sein, Schwarzfeldspitze ist eines der letzten Dungeons aus dem Classic-Bereich, eines der höchsten Dungeons aus dem Classic-Bereich und wenn eines der nächsten Dungeons bei dir zufällig irgendwie die BC-Instanzen gewesen sind, die ja auch dann in dem Level-Bereich liegen, dann kann ich mich daran erinnern, dass es zumindest eine Zeit nach diesem ganzen Stat- und Level-Squish-Gelöht gab, nee, Level gab es ja noch nicht, aber nach dem Stat-Squish gab, wo bei diesem Sprung gerade die Tanks, die unter Level 60 in die entsprechenden Dungeons reingegangen sind, extrem auf die Fresse bekommen haben. Also das ist eine Sache, an die ich mich extrem erinnere, weil ich mir dachte, was ist denn da zur Hölle los und auch selber erlebt habe als Tank, wo du vorher durch irgendwelche Dungeons durchrauscht und im Prinzip eigentlich alles bis einschließlich zum Boss mitpullst und umkleefst und dann gehst du ins nächste Dungeon und plötzlich musst du bei einem ganz normalen Pull irgendwie alle Cooldowns ziehen und denkst dir, was zur Hölle passiert hier gerade? Also das wäre mal interessant zu wissen, Feedback von euch, ist das immer noch so oder ist das nicht mehr so? Also an diesen Sprung kann ich mich definitiv zwischen den Classic- und Burning Crusade-Dungeons erinnern und in Abhängigkeit vom Level des Tanks. Da hat es halt einen Riesenunterschied gemacht, ob da ein Level 58 Tank war oder ein Level 61, 62 Tank, was in den anderen Level-Bereichen quasi überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ungeachtet dieser Tatsache ist halt die Frage, da ist ja eine ganz, ganz, ganz andere Wahrnehmung. Du gehst ja davon aus, dass du komplett unschuldig bist und nur der Tank schuld ist. Alle anderen gehen davon aus, dass du schuld bist, weil du nicht geheilt hast, ist ja die Aussage. Es ist ja nicht so, dass du geheilt hast, laut Wahrnehmung von denen und der Tank ist dann trotzdem gestorben, sondern die fragen dich ja, spielst du mit? Und das macht man ja üblicherweise nicht, wenn jemand mitspielt, sondern das macht man, wenn man sich halt gerade wundert und das kenne ich auch als Tank. Man tankt irgendwas und es kommt kein Heal, es kommt kein Heal, es kommt kein Heal, es kommt kein Heal. Man ist auf 30 Prozent, zieht Cooldown, es kommt kein Heal und so weiter und so fort und dann fragt man halt, ist alles okay? Irgendwas schief gelaufen, Katze über die Tastatur gerannt, muss so zur Klingel gehen, zur Tür gehen, hat es geklingelt oder so. Und das wäre halt eine interessante Frage. Ganz so, wie du die Geschichte beschreibst, glaube ich, bist du wahrscheinlich nicht im Recht. Dann hat wahrscheinlich eher die Gruppe recht. Wenn es so krass binär ist und die sagen, du hast nichts, vier Leute glauben, du hast nichts gemacht und voten dich raus und du sagst, es ist überhaupt nicht meine Schuld, es liegt nur am Tank, dann gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich die vier Leute richtig gelegen haben. Denn man sieht ja, ob ein Healer was macht. Es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob ein Pull läuft, wo alle auf Hochtouren laufen und man halt feststellt, okay, das reicht nicht und man verreckt. Oder was weiß ich, wenn der Tank tatsächlich weggeglobalt werden würde. Auch da, sowas sieht ja üblicherweise auch der Rest der Gruppe. Oder ob jemand tatsächlich zum Beispiel außer Reichweite war und deshalb nicht geheilt hat. Es gibt ja alles Mögliche. Beim Leveln passiert einem oft irgendwelcher Blödsinn. Gerade wollte man sich irgendwie, ne, neue Spells haben wir nicht mehr, die in die Leiste ziehen. Man hat sich irgendwas anders konfiguriert und plötzlich seinen Heal nicht mehr gefunden. Weiß der Teufel, was da passiert sein kann alles. Da gibt es ja durchaus viel. Oder ist noch, keine Ahnung, Out of Mana gewesen. Hast du nichts von geschrieben? Ich möchte bei sowas am liebsten ein Video mit Log-Files sehen. Also ein Video mit Combat-Log. Würde ich bei sowas ganz gerne sehen, um mir ein Urteil zu bilden. Das wäre echt der Traum. Spontane Feststellung meinerseits oder spontane Einschätzung. Was hast du denn? Ich muss nochmal genau Wort für Wort lesen. Du hast gar nichts zu den Details geschrieben, ne? Du hast geschrieben in deiner Eni nach weniger als zwei Minuten Tank low gedroppt und gestorben in deiner Rest der Gruppe. Du hast überhaupt nicht geschrieben, was du gemacht hast. Okay, mit den vorhandenen Informationen fällig das Urteil, die Gruppe hat recht und du nicht. Du verteidigst ja nichts. Du sagst ja nichts, ich habe alle Cooldowns gezogen, ich habe irgendwie hier ein External benutzt, da meinen zwei Minuten Cooldown oder sonst was. Du schreibst nichts darüber, was der Tank gemacht hat, sondern nur ist gedroppt und gestorben. Ich glaube, die Gruppe hatte recht. Irgendwas ist dir da vermutlich irgendwie schief gelaufen. Nehme ich mal an und war das überhaupt die Frage? Wie ich das Tank-Heiler-Verhältnis sehe, ist auch noch die Frage. Kein besonders auffällig negatives oder positives oder so. Also man muss halt sich irgendwie so ein bisschen aufeinander verlassen können. Wenn ich getankt habe in solchen Dungeons und da durchgelaufen bin mit einem zufälligen Heiler, habe ich als erstes immer geguckt, bleibt der in meiner Nähe, kommt der mit und kommen Heels rein. Das ist das erste, worauf ich gucke. Weil da habe ich auch schon alles erlebt. Man portet in die Instanz, geht los und Heiler bleibt einfach am Eingang stehen und kommt dann irgendwie nach einer Minute und sagt so, ja, sorry, musste kurz weg. Aber ohne es vorher zu schreiben. Und dann halt, ob ich das Gefühl habe, der kriegt Situationen, wo viel zu tun ist, gehandelt oder der kriegt die nicht so gut gehandelt. Das ist auch noch so eine wichtige Frage. Habe ich das Gefühl, ich kann eher große Puls machen und der sagt, ja, ja, wird schon, wird schon, alles cool. Oder habe ich das Gefühl, irgendwie der benutzt von seinem Toolkit irgendwie ein oder zwei Spells und ist mit allem anderen gnadenlos überfordert. Davon mache ich als Tank dann meine Geschwindigkeit abhängig. Wobei es in vielen Fällen halt so war, dass du als Tank mit einer Gruppe von DDs mehr oder weniger jeden Einzelpool definitiv schaffen und überleben konntest. Und der Heiler hauptsächlich dazu da war, dass die Downtimes relativ gering waren oder dass man halt dann mehr als einen Pull machen konnte. Aus Heiler Sicht ist es halt so, ich gucke, habe ich so einen Tank, der darauf achtet, dass ich nachkomme. Es gibt halt Tanks, die eine hohe Mobility haben, die zum Teil halt sich dann nicht darum scheren, ob man in der Nähe ist oder nicht. Oder du stehst halt irgendwo bis dann heilen, hast auch eine gute Position und dann ziehen die den Pull und sich selbst so aus der Line of Sight um irgendeine Ecke rum oder so. Das sind immer Sachen, wo ich versucht habe, darauf zu achten und sonst hast du als Heiler ja nicht so wirklich viel zu tun. Du spammst halt deine Heals meistens auf den Tank, guckst, dass der Rest nicht so viel Schaden abbekommt und das war's. Und in vielen Fällen hast du auch nicht so die ultimativ krassen, riesen Mengen an Tools, was die Tank-Heilung betrifft. Du hast halt irgendwie deine normalen Heals, dann hast du normalerweise halt den hocheffizienten, aber relativ teuren Heal und ein, zwei Cooldowns beim Leveln und das war's halt für mich jetzt nichts Besondereres als das Verhältnis zwischen DDs und Tank oder DD und Heiler oder so. Also war bei mir auf jeden Fall in beiden Fällen selten ein angespanntes Verhältnis. Solange man halt versucht, darauf zu achten, dass man als Tank zumindest den Heiler nicht überfordert und es ist eigentlich alles cremig. So, das war wieder ein relativ langes BMZ. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute und sage, wenn ihr Fragen habt, gerne auch in so einer, wenn ihr sagt, naja, als Einzelfrage ist das vielleicht zu wenig. Wie am Anfang diese zwei, drei kürzeren Fragen, die dann zusammen eine Story ergeben können. Schreibt's als Kommentar unter das jeweils aktuellste BMZ. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Balou.